Der Opernchor geht völlig neue Wege, wie wir hören. Sebastian Kennerknecht, heute ist Generalprobe. Wovon? Es handelt sich um die Hauptsatzkantate von Friedrich Wille. Das klingt ungewöhnlich. Wir haben in der letzten Zeit bei den szenischen Proben nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Deshalb habe ich beschlossen, dass wir in den Lieferdienst einsteigen. Und zwar zum Thema Mathematik. Oh, Mathe war für mich immer Horror in der Schule. Die trockensten Themen werden durch Musik greifbar. Musik baut Brücken, dringt quasi direkt ans Herz. So lernen die SchülerInnen quasi wie im Schlaf. Apropos SchülerInnen, wo ist denn die Theaterpädagogin? Was? Sie wollte, dass wir einen Rap einstudieren. Einen Mathe-Rap. Ich habe sie sofort des Kursals verwiesen. Ich würde sagen, vielleicht fangt ihr einfach an. Wir sind wahnsinnig gespannt, wie es losgeht. Musik S2F steht in der Funktion auf einem Intervall. Dann existiert man A bis X dazu das Integral. Was ist man als Variabel auf? Er hält man hohen Lohn. Das ist von Rett die allerschönste Stammfunktion. Zum Beweise des eben gehörten Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung Bemerken wir am Anfang folgendes die Existenz des Integrals. Beweisen wir über die gleichmäßige Stetigkeit von F. Ferner schreibt man sich den Differentenquotienten der Differenzialfunktion hin. Bezüglich der Punkte X und X plus A formt ihn um und über den Mittelwertsatz der Integralrechnung sieht man ein für A gegen Null, schreibt unser Differentenquotient gegen F von X. F von X.